Hallo, herzlich willkommen in einer Runde TTT. Mittlerweile natürlich wieder euer Liebling, der Onkel. Oder euer Liebling, der Jaldeten. Du Klorin, ein Kaka. Aber immer keiner mag den Tobi und ich der Paul. Der Tobi ist aber auch Traitor. Ja, natürlich. Der Tobi ist immer Traitor. Und der ist hier, bei mir, der Drahtor. Ja, der Tobi, würde ich sagen. Der Tobi, der Drahtor. Der Kohlfiltrator. Ich bin ja auch Trouble in Terrorist. Trouble in Tobi-Town. Tobi, Tobi, Tobi halt. Verselbe. Tobi macht Trouble. Ja, mein Diskambulator. Wuff. Okay. Geh mal hier durch. Ich kann da gerne durchgehen, wenn du das möchtest. Ich geh da mal durch. Guck mal, passiert gar nichts. Du musst den Knopf drücken. Was steht da? Mhm, du musst den Knopf drücken. Mach mal, drück mal den Knopf, komm. Drück den Knopf. Okay. Alles klar. Und jetzt du. Nö. Ich hab gar keinen Bock drauf. Aber wenn du mich erschießt, das schießt da halt den Unschuldigen. Hör doch auf damit! Was? Was war das denn? Hör doch die Beine mit dem Schaf umbringen! Hör doch die Beine mit dem Schaf lehnt, weißt du. Zumindest. Aber wo krieg ich dir rein? Wär ich jetzt nicht reingegangen, hättest du mich jetzt erschossen, Tobi? Nein. Weil, da wollte ich nämlich... Ah! So richtig dreist, ey. Nein, sagt er. Nein, ich dachte, du bist in der Nähe. Ja, war ich ja auch. Bei dir in der Nähe. Ja, ich dachte, du wärst bei den anderen in der Nähe. Onkel, ich wär mir nur ein bisschen zu viel vorgekommen, dass du dich geweigert hättest, da reinzugehen. Ich hier eben. Ach, aber was mir einfällt, wegen dem Karma nochmal, was irgendwo auch gerade steht, wenn du 1000 Karma hast, dann machst du vollen Schaden. Ich glaub, wenn du weniger Karma hast, machst du, glaub ich, auch weniger Schaden. Ja. Achso? Hm? Ich glaube. Und wie Karma hab ich? Oh, 1000, okay, alles klar. Achso, man hat immer Rundenbeginn 9, 9, äh, 9, also 1000. Boah, ich bin runtergefallen. Na, außer du machst so viele Teamkills. Also wie ich jetzt mit dem Paul. Ja, grundsätzlich. Okay, gut. Wenn du willst, braucht er, bucht er sich erstmal rein. Wer schießt denn da hinter mir? Ich? Ja, hab doch gesagt, ich bin bei dir und ich erschieß dich. Achso, okay. Warte mal, da hinten ist, da ist, da ist Tobi, 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 Tobi. Tobi! Tobi! Ich bin immer gern bei Tobi, weil Tobi, der Name, lässt sich so schnell aussprechen. Tobi, 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 Tobi. Bei Paul, bei Paul und, äh, bei, siehst du, muss ich mal überlegen, das ist scheiße. bei Tobi geht rein. Tobi geht rein. Du kannst doch einfach Gay-Deden sagen oder der Gay, da nimmt er sich nicht viel, da reagiert er immer drauf. Der Gay? Der Gay-Lord? Lord of the Penis ring. Hallo Tobi, was machst du da? Hm, Tobi? Du brauchst gar nicht erinnert zu kommen. Was? Hör auf. Tobi, du bist Traitor, gib's zu. Was? Da quietschst du immer so, wenn er Traitor ist. Merkt ihr das? Wenn er nervös wird, ne? Nein, du kannst nicht mit dem Auto fahren, Tobi. Du knackst dann aber so die Beine zusammen. Hä? Das war wahrscheinlich doof. Oder Paul. Ich hab mich hinter dem Auto versteckt. Wollte mal gucken, wie sie gegenseitig umliegen. Vielleicht hätte sich das Traitor-Problem mal licht. Ah, 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 oh Gott. Ah, 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 ah. Oh, was war das? Das war Tobi. Tobi. Tobi steht da hinten. Da stand doch die ganze Zeit bloß da rum. Ah! Hä? Warum? Hä? Was war jetzt der Grund? Ja, guck mal hinter dir. Oder hinten, was er da hingeworfen hat. Wo eben alles stand. Ja, und die, äh... Ich schieße die Granaten auch einfach so mal rum. Ja, aber nicht, wenn da gerade alle Leute so auf einem Haufen stehen. Doch, ich schieße die Granaten auch einfach mal rum. Paul wirft die auch immer durch die Gegend. Ja. Ja, und außerdem warst du im Shop gerade noch. Ich war gar nicht im Shop. Sag mal, doch. Ich hab so versucht, die Waffe aufzuheben und es ging nicht. Oh Mann, das hätte ich so eine tolle Runde werden können. Ich hätte einfach von Anfang an die Konke einfach voll umheben sollen. So eine tolle Runde werden können. Der Unterschied war aber, der Ongel hat die immer rumgeworfen, wenn einfach nur ins... Also random, einfach nur... Ja, ich werfe die einfach random rum. Du hast die aber gezielt auf uns geworfen, das Ding. Na gut, dass... Auf unsere Füßen... Ich nehm die immer und werfe die einfach irgendwo hin, verwirr damit ein paar Leute. Tobi wollte das damit killen. Ja. Eigentlich nicht. Okay, Tobi, ist es. Ja. Na, okay. Boah, ihr brennt überall, ihr brennt überall, ihr brennt überall. Ja, ich hab mir lange die Granate verbrannt. Oh, ich wurde getroffen von irgendwas, irgendeinem, irgendeinem... Warte mal, da hinten, wer rennt da gerade rum. Tobi, Tobi. Hä? Du hast einen Sniper, ne? Nein. Hat eine M16. Ich hab eine M16. Eine Silent? Äh? Dein Schrotflick, das verring ich doch wieder gegen. Gieß mal damit. Warum? Warum solltest du wiegen mir eine Schrotflick verringen? Riecht dich so streng? Ja, weil ich nur so was Großes in der Hand hab. Du triffst mich mit den Blinden rein. Aber ich fahre tot rum. Nein. Ich habe dich im Auge. Ich traue dir nicht. Irgendein hat mich angeschossen. Ich hab dich im Auge. Tut weh. Ja, der Feind in mir, ne? Was? Darum im Darum. Alarmstuf Braun. Ich halte Schlacht im Analtschacht. Paul? Äh, hier liegt ein Toter? Ja. Und es ist... Was? Wer ist das? Paul. Ja. Ähm. Robert? Ja. Ich bin hier. Hallo. Tobi liegt da gerade unten. Hä? Hey, Alter. Er schießt auf mich. Nein. Toll. Mein Gott, ey. Dieses... Oh, Kett, das ist so schlecht. Mann. Das ist so schlecht. Tobi hat's wenigstens gerafft, dass ich ihn vorhin gesehen hab. Ich glaube, Tobi hat mich. Er hat mir nicht gehört. Ich hab gedacht, warum hab ich denn das jetzt gesagt? Das verrät mich doch voll. Ja, das war dämlich. Doch, Tobi hat mir nichts... Ich hab's gehört und deswegen dachte ich so, Herr Paul. Ja. Und dann reagiert er nicht. Boah, Verlamm, ey. Okay, hat sich schon damit so leicht verraten. Aber ihr habt es nicht mitbekommen, das war das Gute. Doch, ich hab's ja gehört, dass ich ja schon Paul gesagt habe. Ich wollte nicht. Erst mal warten, ey. Er war der Einzeste, der das gerafft hat. Und Kevin nur, hallo, ich bin doof. Hallo, ihr bist doch Kevin. Oh, warte, warte, warte. Ich krieg die schon. Ja, ich hab erst mal, wo ich ihn gekillt hab, hab ich gedacht, ah nein, die rennen ja die ganze Zeit zusammen rum. Ich bin so blöd. Na, aber ich hab ihm ja ein paar Mal den Rücken zugegert und war wieder weg. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er es hätte nicht doch gewesen sein können. Keine Ahnung. Ich wollte diesmal sicher gehen. Ein Fehler. Der Kevin, der Kevin, der Kevin. Paul? Tobi? Paul? Tobi? Onkel, onkel, onkel? Ja. Aha. Ich sollte aufhören, Leuten den Rücken zuzudrehen. Ich bin bisher immer verarscht worden. Meistens von diesem älteren Herrn da hinten. Was? Ich? Warum ich? Weil es sich so groß ist. Wir rennen alle hier in so einer Ecke rum. Paul ist doch sowieso die Ecke in jedem Raum. Er hat ein Error. Er hat ein Error. Ja? Wer ist das? Tobi hat ein Error. Terror ist Trader. Äh, Terror ist Trader. Ich meine natürlich, Tobi ist Trader. Ich habe den Testbutton gedrückt. Ich leuchte grün. Ihr könnt mich alle mal. Was? Warum macht ihr sowas? Oh, dann weile ich. Warte. Ich weiß. Ich laufe auch durch. Damit ihr seht, dass ich kein Trader bin. Warum hast du das jetzt gemacht? So, dann weile ich dann. Okay. Ja, ich gehe da nicht durch. Okay. Warum schmeißt du Granaten gezielt? Hä, ich bin hinter dir. Was willst du von mir? Hä? Was geht denn mit euch ab? Natürlich war ich das. Ich habe da einfach Smoking geworfen. Was ist, was ich irritiert, ist, dass ich Kevin nicht sehe. Kevin? Na? Kevin? Na, Kevin? Na? Tobi? Kevin wird sterben. Hä? Was war das? Achso, meine Brandgranate. Kevin? Dies war es. Meine Brandgranate. Äh, Onkel, wo kamst du mit? Sag mal, ja. Hä, ich war die ganze Zeit hier, Junge. Oh, okay. Sieht, dass er hat Flecke. Hä? Ich habe die Gründe nicht gleich gesehen. Kevin? Ja? Ja? Dein Arsch gehört mir. Wieso? Hä? Also, Paul, wir beide sind schon safe. Wir können schon mal nicht sein. Oh, 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 nein. Ja, nein, Scheiße, verdammt. Hat er die, die Hand? Scheiße, er stand nicht gerade alle so schön auf dem Haufen, Mann. Das Problem war nur, Onkel hat sich so richtig von Anfang an schon wieder verraten. Er hat direkt gemeint so, nee, wieso sollte ich denn da durchgehen? Das habe ich das letzte Mal auch gemacht. Ich gehe durch solche Trader-Finding. Ich sehe ja nicht mal die Problematik darin, dass er in den Traitor-Tester geht. Ich habe es ja einfach nur mal gemacht, damit ich mal kurz Ruhe habe. Aber ich hätte eigentlich gedacht, wenn es wieder Onkel ist, schiebt er mir wieder von hinten wieder irgendwas rein. Ich muss mal gucken. Es gibt, glaube ich, noch eine Waffe. Da kann der Traitor... Der hat ja den Traitor-Tester verarschen. Genau. Aber die würde ich trotzdem nicht kaufen. Aber so Traitor-Waffen, da kann man ruhig noch ein bisschen reinladen, finde ich. Ja, ich muss mal gucken, was noch so... Definitiv. Also wenn da... Es gibt geile Waffen, die wir jetzt schon haben. Brandgranate. Ja, man muss mal gucken, wann man sein. Brandgranate. Das ist gar nicht so einfach. Brandgranate. Brandgranate. Ja, Tobi, Tobi. Ja. Okay. Ja. Hä? Ich laufe so neben dir, oder? Ach nee, das ist ja Tobi. Der Paul ist auch immer so leise. Warum sollen denn alle immer gleich beim Start tot sein? Paul? Paul. Paul? Paul? Ich hab den vorher noch auf dem Dach gesehen. Also ich war grad bei Tobi. Ja, wir waren alle drei zusammen noch. Aber als er hier oben auf dem Dach stand, meine ich. Ja, da darfst du jetzt aber auch nicht ziehen, du Depp. Okay, jetzt. Du musst mich nur noch finden. Stimmt, wo ist er denn? Ja. Vor allem hält man mal kurz die Klappe und alle denken sofort, hat man das Traitor. Ja. Ja. Also wenn der Traitor die Runde jetzt nicht gewinnt, ist das schlecht. Warum? Ich hab ruhig eh wieder Onkel. Hä? Der rechnet sich die ganze Zeit so mit seiner Waffe, die ganze Zeit so Kevin am Arsch. Ja, ne, weil ich mit Kevin suche ich gerade Tobi. Äh, Quatsch. Ne, nicht Tobi. Paul. Kevin ist Traitor. Eindeutig. Warum? Was ist mit dir? Ich weiß, dass ich genusslich bin, aber Kevin ist Traitor. Und ich sag's euch. Ich hab überhaupt keine G-Hard-Bombe. Ne, ich hab Kevin verarscht und dann lacht uns jetzt hier rein und zieht dann gleich seine G-Hard-Bombe. Ja, ja, natürlich. Ich kenn's mal Kevin. Boom. Alter, Kevin. Ich sag Kevin ist Traitor. Wenn dir nur so Augen entgegen kommen. Egal wie viel dämlich ihr mich haltet, aber ich sag euch, Kevin ist Traitor. Wenn ich nachher richtig liege, werdet ihr alle sagen, er hat recht und irgendjemand ist gerade gefallen und gestorben. Ich hoffe, er ist gefallen, ansonsten hat er gerade ein Ding inskassiert. Tobi ist das gewesen. Das sagt aber nichts dazu. Hä? Was denn? Dass du gerade Schaden genommen hast. Achso, ja, das hab ich doch gar nicht gemerkt. Achso. Ohne nicht, dass da irgendwo was runterfällt oder sowas. Ich dachte, dann wäre wieder hier von irgendjemandem der Boa rangewesen und dann fällt die Leiche hin oben. Ja, aber wo ist jetzt Paul? Das ist Tobi? Hör doch mal auf hier, mal mit deinem Granatenscheiß. Paul, wo bist du denn jetzt eigentlich? Paul? Ja, gut versteckt. Ich sag doch, ich bin nicht Traitor einer von euch ist es und wenn er die Runde verliert, ist er echt schlecht bei der Vorlage. Echt? Ja. Kevin? Kevin? Paul? Ja, Paul, komm du Arschloch, du Drecksauer. Jetzt weiß ich warum. Nein, nein. Ja, scheiß Dreck, scheiß Dreck, scheiß Dreck, wo bist du, du Drecksauer? Du hast Kevin auf dem Gewissen. Ja, lass nicht sagen, weil Kevin ein Idiot ist, das ist normal. Aber. Hä? Gut, wenn es der Kevin nicht war, war es der Tobi. Das ist der Einzige, der sich dazu nicht äußert. Ich war bei Tobi. Ich bin die ganze Zeit bei Tobi. Kann überhaupt nicht sein. Der ist Kevin Traitor und versteckt sich gerade. Und schiebt es wie immer auf mich und ihr glaubt immer noch. Okay, du hast gerade gesehen, ich kann es nicht sein. Ja, ich sag doch, ich war die ganze Zeit bei dir. Also ich sag doch, du warst. Habt ihr die Leiche von Kevin gefunden? Ja, hier. Und? Mit was ist er gestorben? Erlange eine Probe DNA des Mörders mit dem... Was? Er ist gestorben. Sie wurde stark geschnitten. Er wurde stark geschnitten. Dann hat einer das Knife benutzt. Dann würde ich mir die Behauptung aufstellen. Da Kevin tot ist und ich immer noch stehe, war es einer von euch. Ja, wo bist du? Hättet ihr mich gesehen, wenn er abgemützt wurde? Ja, aber wenn Kevin aber jetzt hier gerade... Wenn Kevin abgeschnitten wurde, hättet ihr ihn sehen müssen. Aber Tobi ist hier die ganze Zeit bei mir. Also musst du es gewesen sein. Du bist der Einzige, der weg ist. Moment mal. Jetzt aber was ganz anderes. Du warst gerade eben nicht mehr hinter mir. Hä? Kevin ist vor mir weggelaufen und da habe ich ihn dann nicht mehr gesehen. Also kannst du es genauso sehen. Ich war doch die ganze Zeit bei dir da hinten an dem komischen Häuschen. Tobi, 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 Tobi. Es war einer von euch beiden. Mir ist egal, wer von euch beiden das war. Ich weiß nur eins, dass einer von euch... Ach so, ich muss mich bewegen. Sonst werde ich als AFK gesetzt. Das ist ja sehr interessant. Ich weiß nur, einer von euch beiden war es. Da kann nicht sein. Hallo, Onkel. Ah, hier ist er ja. Tobi. Ja, komm, Tobi, auf. Da hast du die ganze Zeit... Ich habe nichts, wirklich nichts gemacht. Wirklich nicht. Einer von euch beiden war es. Mir ist es relativ egal. Warum ist jetzt mein Spiel? Warum leckt jetzt mein Spiel? Hallo? Äh, mein Spiel hat sich aufgehangen. Ja, mein Spiel hat sich aufgehangen. Gut, denn du bleibst zwischen uns beiden, Tobi. Moin. Warum bist du wounded? Woher siehst du das denn? Dass du wounded bist, weil ich dich gesehen habe. Oh, Hund. Oh, Mann. Scheiße, das war doch der Onkel. Hä? Okay, jetzt geht es bei mir wieder, komischerweise. Onkel. Ja, ich... Bei mir hängt das Spiel... Nein, du Scheinheiliger, es hängt bei dir nicht, du bist die ganze Zeit... Nein, ich bin... Quatsch. Ich bin hier am... Jetzt geht es wieder. Hä? Warum hängt denn immer die Map? So. Okay. Hä? Wirklich, es hängt bei mir an, da. Es leckt bei mir an, da. Ich habe Geschenke für dich. Du hättest dich aber von Anfang an denken können, weil ich bin durch den Traitor-Tester gegangen und es war grün. Das wusste ich nicht. Onkel hat es gesehen und er hat auch gesagt, das stimmt, also ich war es schon mal nicht. Das kann nur Onkel gewesen sein. Also bei mir hängt hier das Spiel total. Das kann nichts machen. Das wusste ich nicht. Ja gut, ich weiß aber auch nicht, wo du bist. Sonst würde ich dir eine Kugel zwischen die Augen semmeln. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Und bin wieder da. Hä? Hä? Okay, also bei mir hat er aber wirklich ein Spiegel leckt. Wirklich, ohne Scheiß. Onkel, der Verräter. Ich habe die ganze Zeit... Ich habe die ganze Zeit das Standbild gehabt. Das glaube ich dir. Ja, das glaube ich dir sogar. Der Paul da in der kleinen Hütte, ey. Hast du mich gesehen? Ja, ich wollte erst mal... Ich habe mich als Pizza hier verkleidet dann. Achso. Und dann wollte ich... Ich wollte erst so bei dir so rein... Aber es war so geil, weil du die ganze Zeit nicht gefunden wurdest. Da konnte ich das schon nutzen. Weißt du, weil ich mich versteckt habe. Ich musste mich jetzt nur bewegen, sonst wäre ich als AFK gesetzt. Paul, in welchem Häuschen warst du denn? Sache ging. Und ich konnte dich so richtig schön nutzen dazu jetzt, ey. Weiß ich. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn der Traitor jetzt verliert, ist er echt schlecht. Geht gut. Und Paul, konntest du nicht sein, weil er ja eigentlich ein... War er nicht auch ein Tester? Nee. Ich war nicht. Paul ist nicht gleich... Ich habe mich gleich versteckt. Ich war gleich weg. Ihr habt alle sofort gesagt... Achso. Deswegen auch die Aussage meinerseits, wenn der Traitor dann jetzt verkackt, ist er echt schlecht. Tja, jetzt war ich dreimal nacheinander Traitor, jetzt ist er mal wieder gut. Aha. Onkel ist Twitter. Ja, auf jeden Fall. Ah, Quatsch. Auf jeden Fall müssen wir den Traitor, wenn du schon mal abbreitet. Ich gehe einfach weg vor euch. Ich habe Angst. Ach nee, warte mal andersrum. Oh nein, ich bin ja schon wieder innocent. Ja, wieder innocent. Ah, geh weg. Oh, wie du dich so schrocken. Mann. Ihr habt ihr in die Luft geworfen und bin weggegangen. Fuck. Baby, Baby, da hinten, da hinten ging es ab. Fuck. Der Doppi, der Doppi, Doppi. Mann, war der schlecht. Mann, war der schlecht. Was haben wir noch? Krass, meine... Die Barts werden immer kürzer. Wir müssen uns anstrengen, besser zu werden. Ey, komm, die Runde eben war schon ganz schön lang. Ich weiß gar nicht, wie lange die Parts überhaupt sonst waren. Ich hatte vorhin mal eine, die hat 27, 20 Minuten. Jetzt sind wir bei 17, 18 Minuten. Ja, muss normalerweise ein bisschen länger gehen hier, Freunde. Wir müssen uns mehr anstrengen, besser zu machen. Okay, Freunde, da würde ich sagen, macht's gut. Tschüss. Bis. Schöne Folge. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.